Fug gegen den Papst. Heute Papst in Thüringen, dort wo ich wohne und mir geht das tierisch auf und sagt diese dreckreiche Kirche, die haben so viel Kohle, da wird so viel Geld rausgewamst, nur weil so ein Depp da seine Scheiße schwafeln muss und andere Hunger leiden und da werden die Steuergelder für den sein Auftritt da rausgepulvert, anstatt es für Leute nehmen, die es wirklich brauchen. Es geht mir tierisch auf den Sack, weil die Kirche ist schon so dick und vollgefressen genug und weiß nicht, muss der Papst auch in so'n goldenen Scheißgewand rumlaufen? Muss er nicht, oder? Ist doch nicht im Sinne gewesen von Jesus, der hat doch sein letztes Hemd geteilt. So sieht's nämlich aus. Scheiß Kirche und dazu stehe ich. Bums. Ja. 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 Ja.